Servus Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von City Skylines. Es schildert wie aus Kübel dementsprechend, beschränken wir hier mal die Zeit, dass es eventuell wieder gleich mal aufhört. Wir haben das Problem, dass uns schon langsam jetzt die Leute wegsterben. Ähm, ja. Ist halt normal. Ähm, wir müssen dementsprechend aber auch wieder etwas in Richtung Friedhof machen. Uh, Universitätsfospital. Ja, das setzen wir auf jeden Fall hin. Aber die Frage ist, wo? Also ich würde jetzt sagen, das Ganze passt nicht so ganz. Also es ist nämlich ein Mod. Und da fahren die Leute durchs Gebäude durch. Also das zieht immer, glaube ich, besser mal um. Sorry für diejenigen, die hier wohnen. Dafür habt ihr jetzt halt ein Universitätskrankenhaus. So, dann. Und die Kohle ist schon wieder weg, die wir uns hereingearbeitet haben. Ja, es wird wieder schöner. Ähm, wir haben hier eine volle Einrichtung. Die müssen wir natürlich dann auch mal bei der Zeit entleeren. Und hier das Ganze ist auch weg. Wir haben hier zwei überqualifizierte Arbeiter. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, dann bezahlt die auch richtig. Dann bleiben die nämlich auch bei euch, Leute. Ähm, wir haben Wassermangel. Dementsprechend müssen wir hier wieder Wasserpumpen ranschaffen. Ähm. Dann würde ich sagen, bauen wir einmal hier eine ran. Und einmal abwassertechnisch hier unten ein Stückchen. Und schließen die Dinger dann auch noch dementsprechend an, damit dass wir auch die Wasserzuleitung haben. Bringt uns die ganze Pumpe nix. Und da sind wir wieder im grünen Bereich. Ähm, wir produzieren jetzt 363 Kubikliter. Ähm, das reicht dann schon. Dürftet ihr wieder genügend Wasser haben. Lauter Verstorbene. Also das heißt, wir brauchen einen fixen neuen Friedhof. Ähm, hier Friedhof. Wo setzen wir den hin? Ich würde sagen, damit es man auch nicht so weit hat, rüber in den, ähm, Gewerbegebiet würde ich sagen. Setzt mir mal das Budget und dann hier fürs Krankenhaus oder generell für die Krankenversorgung gehen wir nochmal ein bisschen hoch. In unserer Universitätsklinik brauchen wir natürlich dementsprechend auch, ähm, nötige Geld. Ähm, Linie unfertig. Ja, ich weiß, ich kriege das nicht gebacken, warum das das unfertig ist. Ich weiß es nicht. Äh, kann hier nicht platziert werden, ist mir bewusst. Aber hier kann ich hier sagen, dass ich das Ding entleert haben möchte. Dann schütten sie es in einen von den zwei Verbrennungsanlagen rein. Zum Schluss will ich die hier weg haben und nur noch Verbrennungsanlagen. Ähm, ist so mal meine Idee, die ich habe. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Ähm, die brauchen wieder ein neues Gebiet. Dementsprechend kriegen sie das auch. Lassen wir hier mal so zu. Dann können hier wieder neue Hochhäuser entstehen. Unsere Stadt nimmt schon langsam Form an. Dort dürfen wir wieder was abreißen. Das Problem wird hier auch weniger. Ähm, schauen wir mal, wie es hier aussieht bezüglich Tof. Ähm, da sind Simon, äh, 78 Verstorbene aufbewahrt und zwölf Leichenwagen von zwölf unterwegs. Vermute mal, dass zwölf von zwölf sind. Schauen wir mal hier. Ne, 13. Ja, die sind alle unterwegs. Die sind alle am rumschaffieren. Aber es dauert halt nur mal seine Zeit. Hier steht ein Haus im Vollbrand. Ist gelöscht. Sehr gut. Ähm, ja. Aber ich glaube, es wird Zeit für eine neue Kosten, dass 25.000? Ich habe noch nicht genügend Leute. Deswegen geht's nicht. Okay. Zum Wohl, erstmal damit leben können. Wir müssen dann hier natürlich auch noch ausbauen, weil ich glaube, hier ist, ähm, was Industrie angeht und so, richtig dick Schiff hier. Ähm, schauen wir mal, wie hier die Bodenbeschaffenheit ist. Rohstoffmäßig, ja, da können wir viel mit Holz machen hier drüben. Das heißt, das wird dann das nächste der Grundstück wird ja das nächste, was wir uns ranholen. Kreuzungen, wo wir gerade in diesen Haaren aneinanderlegen können, zu Staus führen. Ja, okay, das weiß ich, aber ich habe sonst nirgends, wo Staus ist. Außer hier und das auch noch wegen den Bussen. Kommt mir zumindest zuvor. Genau, hier ist unser Buchenviertel. Die sind fleißig am Ackern. Äh, was bedeutet das denn auch mal hier? Erz. Da kommt auf jeden Fall eine Erzindustrie hin. Beziehungsweise können wir es hier hinten auch hinsetzen. Waren wir dieses Grundstück noch nicht? Wir können hier aber Öl. Öl wird auch wichtig werden. Öl werden wir natürlich machen. Ähm, neues Gebäude. Ja, okay. Schön, brauche ich jetzt aber nicht. Oder doch, brauche ich glaube ich. Warte mal hier. Feuerwehr. Hier ein Feuerwehrhaus hinsetzen. So, dass wir hier einen richtigen Boom auslösen. Und, ja. Wir sind natürlich aber wieder arm. Schöne Scheiße. Ähm, ja. Müllabfuhr müssen wir auch was machen. Da muss auf jeden Fall noch eine Verbrennungsanlage hin, damit wir hier auch wieder den Müllwagen haben. Wir nehmen bei hin. Wobei, das sieht richtig, ja. Halleluja. Ja, bei den Hochhäusern staut sich der Müll. Das ist aber auch noch, weil hier die ganzen Müllwägen im Stau stehen. So, schon erwartet mal hier. Kurz mal stoppen. Dann bauen wir hier Verkehr. Und hier haben wir einen richtigen Stau. Äh, ich würde sagen, dann bauen wir nochmal einen Kreisverkehr hin. Einen kleineren. Dementsprechend hier Straßen upgraden auf zweispurig. Jetzt sind wir dreispurig, weil dann kann ich nämlich hier nochmal einen Kreisverkehr hinzummern. Klar, die sind dann weg. Hier kommen sowieso nicht an zu viele raus, oder? Ich glaube nicht, dass nur die Verbindungsstraße hier ist. Da stehen die ganzen Busse im Stau. Das ist halt nicht so super. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, klatschen wir hier mal alles weg. Ja, das müsste gut passen. Dann gehen wir hier auf die Straße. Ich weiß, dass das alles relativ komisch bei mir mal aussieht. Aber ich finde, es hat irgendwie was. Es muss ja nicht alles immer hier perfekt sein. Ähm, ja. Dann schießen wir jetzt hier einerseits den Kreisverkehr wieder an. Hier verbessern wir die Straße auch auf nur zwei Spuren. Ist mir nämlich lieber. Dann haben wir nämlich keine Ampeln. Okay, wir haben hier trotzdem eine Ampel. Das hier ist richtig scheiße. Dann würde ich einfach mal sagen, wir machen hier die Straße weg. Wir haben hier so eine kleine Sackgasse. Klar, hier unten werden sich dann keine Leute ansiedeln. Aber das ist mir dann auch relativ egal. Schauen wir mal, ob sich das Ganze jetzt hier so bessert. Ah, genau. Warte mal, warte mal. Straße verbessern. Und zwar... So, aber nur in eine Richtung. Dann ist nämlich das Ampelchaos weg. Wenn alle in dieselbe Richtung fahren, geht's nämlich. Hier machen wir das Ganze dann auch dementsprechend. Nur zweispurig. Dann sind die Ampeln weg. Dann gibt's hier keinen Stau. Wir werden hier bitte alle in dieselbe Richtung. Wir haben hier trotzdem einen Stau. Ich würde einfach mal sagen, wir bauen also hier einmal eine Verbindungsstraße hier rüber. Und wir verbessern die Straße auch nochmal auf zwei Spuren. So, dass man hier so... Wie soll ich sagen? Ähm... Ich weiß schon, wie wir das machen. Ich weiß schon. Wartet mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wir fahren hier so raus. Dann gehen wir hoch. Äh... Bild ab. Ich kann das nicht, wenn da die Leute rumfahren. Bleibt mal hier alle stehen. Ähm... Plan, wenn die Leute rumfahren. Das geht einfach nicht. Dann haben wir nämlich hier so eine Verbindung. Und dann fahren die Leute, die hier rüber wollen, fahren so. Und die Leute, die in die Richtung wollen, kriegen einfach hier so die Verbindung hin. Wisst ihr, wie ich meine? Schauen wir einfach mal, ob das Ganze so funktioniert. Okay, hier und da läuft eigentlich der Verkehr jetzt. Stockt's dann hier ein bisschen. Ja, wir haben ein Krankenhaus, ist schön. Brauche ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Ich werde jetzt nochmal hier auf den Verkehr schauen. Ja, jetzt hat sich's eigentlich eingelaufen. Jetzt passt das soweit. Hier runter staut sich's immer noch. Da muss einfach auch ein Kreisverkehr hin. Ähm... Schone uns einfach, was das Ganze hier angeht. Und... Ja. Da müssen wir einfach Hand anlegen und da was hinbauen. Das hilft halt alles nix. Äh... Ne, ich brauche eigentlich den Doser hier. Das ist ein Kraftwerk, Mist. Das müssen wir erst umsiedeln. Woher geht's dann nicht? Wann ist da nach hinten? So, ne blöde Idee, aber wenn ich jetzt hier ne gerade durchziehe. So. Und hier auch nochmal den Bogen abbiege. Da spann ich ja zumindest eine Kreuzung schon mal. Wie ich mein. Und da hat sich der Verkehr entweder hier rum rauf oder hier rum. Schauen wir mal, ob das Ganze so funktioniert. Nicht wirklich. So, das heißt, wir müssen da hier auch nochmal. Ähm... Umdisponieren. Das Ganze hier ein Stück rüber siedeln. Und geht schon wieder das Wohngebiet aus. Da geht aber auch der Müll über. Es ist grad ein bisschen kniffinnig. Müllverbrennungsstatus. Da sind wir im roten Bereich. Ähm... Schauen wir mal, ob es jetzt mit der neuen besser wird. Schauen wir da irgendwo das Symbol für Müll. Hier ist es. Sind wir jetzt im gelben Bereich. Gelb ist aber immer noch nicht super. Da soll man eigentlich im grünen sein. Dürfte aber besser werden. So. Ähm... Wir müssen hier bei unserem Kreisverkehr noch ein bisschen weiter arbeiten. Also in der Mitte muss natürlich raus. Das Ganze muss verbessert werden, dass sie nur in eine Richtung geht. Und dann müsste es hier auch besser werden mit dem Verkehr. Und da darf wieder die... Oh ne, da kommen jetzt nicht die Industrierin, sondern das hier kommt hier ran, weil die suchen Platz. Bekommen die auch welche? So, dann wird hier wieder was weggerissen. Hier wird was weggerissen. Hier ist ein Verstorbener. Hier ist auch ein Verstorbener. Sollten wir alle abgeholt werden, bitte. So, da wird es auch schon besser. Müllverbrennungstechnisch können wir hier drüben natürlich auch was ran bauen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Warten wir noch, bis wir hier die Kohle haben. Dann setzen wir das gleich hin. Dann haben wir schon mal hier das Problem mit dem Müll gelöst. Muss mal ordentlich was abreißen. So, die haben sich schon erneuert, hier die Häuser. Ja, ich weiß, dass wir ein Müllproblem haben. Das ist mir schon bewusst, Leute. Nur ich muss erst wieder einen Platz finden, wo ich die Müllverbrennung hinsetze. So, wir setzen sie irgendwo hier oben hin. Wer kommt eh wieder in der Industrie ran. Wenn wir hier Wasser und so hochziehen, hilft das alles nichts. Und eine hässliche Stromleitung. Hier oben kommt dann die Müllverbrennung hin. Friedhilfe braucht man auch noch ein bisschen was. Wobei, kann man wieder einen hinsetzen. Die sind ja nicht so teuer. 1000, das geht sich schon aus. Da gehen wir nochmal einen hin. Kommen wir nämlich in so eine Zeit, wo die Leute anfangen zu sterben. Und die Leiche wegen sind fleißig am Fahren hier. Da sind ziemlich viele Verstorbene. Ich glaube, ich setze da auch mal einen Friedhof darunter. Da müsste jetzt eigentlich gleich den Leichenwagen nur so wegfahren. Brauchen wir da Wohngebiet? Hier kriegt das Gebiet auch noch was dazu. So, und wenn auch Industrie gefordert wird, kommen hier rum die ganzen Häuser hin. So, schießt alles nach oben. Wir können jetzt eine Müllverbrennungsanlage wieder hinbran. Wir müssen jetzt eigentlich gleich so die LKWs so austrudeln. Alter, da geht's. Da hinten. Jetzt werden wir wohl das Müllproblem ein bisschen bändigen können. Wir sind fast im grünen Bereich. Fast. So, die Kriminalität steigt ebenso. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das dann beim nächsten Mal an. Hoppala. Wenn ihr das Ganze gefallen habt, wäre natürlich ein Däumchen nach oben. So wie ein Abo ohne eine Weiterempfehlung. Super. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus. Unsere Stadt hat bereits 14.000 Einwohnern. Und, ja, wächst immer weiter. Das nächste Mal müssen wir hier mal rüber expandieren. Schauen wir mal, kaufen können wir uns noch nichts. Wir können aber mal hier schauen, was ist denn hier bei der nächsten Tufel möglich. Wir können ein Wasserkraftwerk bauen. Wir können einen Güterbahnhof bzw. einen Bahnhof bauen. Wir können Hightech-Häuser bauen. Das, was ich mich schon am meisten freue. Äh, nee, das haben wir jetzt schon. Hoppala. Ähm, hier. Krematorium unten. 2x2 Kilometer können wir noch dazu nehmen. Das heißt, wir nehmen dann diese Gebiete hier unten dazu. Ähm, dann können wir nämlich hier einerseits Öl raus holen aus dem Boden. Ähm, und wir können auch hier nochmal ein Stückchen weiter arbeiten. Und, ja, wenn ihr das Ganze gefallen habt, wäre natürlich ein Däumchen nach oben. So wie ein Abo ohne eine Weiterempfehlung. Super. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus. Verabschiede mich und würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.